Hallo liebe Bikerfreunde. Hallo. Heute sind wir das erste Mal mit unserem vierjährigen Enkel auf der Simonhöhe. Er ist das erste Mal am neuen Mountainbike, das er gekriegt hat. Wir zeigen euch einmal, wie unser Bulli das erste Mal den Simons Trail runterfährt. Mit der Oma, mit dem Opa und mit dem Papa. Bis dann. Viel Spaß. Perfekt. Super, Hase. Beim Opa dann durchstehen bleiben. Du fährst von Opa. Das sieht der Opa. Sehr gut. Sehr gut, Schaffi. Ja, Boy. Nicht unmittelbar nur vor dir auf den Weg kommen, sondern direkt nach vorne gehen, wo du hinfährst, gell? Ja. Sehr gut machst du das. Sehr gut, Schaffi. Sehr gut, Schaffi. Sehr gut, Schaffi. Ja, Papa, wie schön, das Konflas. Ja, Schaffi, perfekt. Perfekt, Schaffi. Wollt ihr es laufen lassen? Jawohl. So, das war heute bei meinem Enkel, der gerade den vierten Geburtstag gehabt hat und das erste Mountainbike trägt hat. Die erste Fahrt. Mein Hund, Jock, hat den Front verhandelt. Das war gerade die erste Fahrt. Ich finde, das war mördermäßig. Und was noch viel mehr Spaß macht, oder mir mehr Spaß macht, ist, dass es ihm gefällt und dass er weitermachen will. Ich werde immer so ein bisschen was posten. Wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Auf jeden Fall taugt ihm das. Mir taugt es, dass es ihm taugt. Bis bald. Ciao.